Ja, herzlich willkommen zu Sportwetten Lifestyle. Heute geht es um ein etwas ernsteres Thema und zwar die Sportwettensucht. Warum ist es ein ernstes Thema? Weil eine Sucht ist eine Krankheit und ich denke darüber sollten wir keine Witze machen, sondern das Ganze auch ernst nehmen. Ja, du fragst dich jetzt vielleicht, warum mache ich überhaupt so ein Video? Zum einen geht es mir darum, dass ich einfach helfen möchte, da es in Deutschland laut einer Studie über 10.000 Sportwettensüchtige gibt. Das ist schon heftig und ich möchte natürlich auch helfen und den Leuten, die gefährdet sind oder die vielleicht schon Sportwettensüchtig sind, denen auf einen besseren Weg helfen, indem sie einfach entweder ganz damit aufhören oder eben professionell Sportwetten betreiben. Und zum anderen ist es so, dass Sportwetten einfach in der Öffentlichkeit, in Deutschland zumindest, gar nicht diskutiert wird und ich dementsprechend auch einfach Anreiz hatte, dieses Video zu machen. Ja, ich werde jetzt einfach ein paar Anzeichen nennen, die dafür sprechen, dass jemand schon sportwettensüchtig ist oder dass er eben stark gefährdet ist. Und im Anschluss werde ich dann auch ein paar Dinge nennen, wie diese Person dann dagegen vorgehen kann, um das Ganze zu vermeiden. Ja, Punkt Nummer 1 ist, wenn du 24-7 den ganzen Tag lang nur noch Sportwetten im Kopf hast und Sportwetten so gesehen die höchste Priorität in deinem Leben ist, das ist ein Anzeichen, dass du gefährdet bist oder schon süchtig bist. Punkt Nummer 2 ist, du spielst immer höhere Einsätze, um dein schon verlorenes Geld wieder zurückzugewinnen. Der dritte Punkt ist, du gibst Sportwetten ab, um den Problemen im Alltag einfach davon zu kommen und nutzt Sportwetten so gesehen als Ablenkung. Ja, Punkt Nummer 4 ist, dass du deine Freunde und dein Umfeld anlügst. Das bedeutet, dass du denen einfach von Gewinn erzählst und das Ganze einfach anders darstellst, als es eigentlich ist. Ja, Punkt Nummer 5 ist, dass du schon Schulden mit Sportwetten machst. Das heißt, du nimmst vielleicht einen Kredit auf oder leihst dir von Freunden Geld, um einfach immer weiter deine Sportwetten abzugeben. Punkt Nummer 6 ist, dass du soziale Kontakte vermeidest. Das heißt, du gehst abends, sitzt du lieber vorm PC oder gehst ins Wettbüro, um deine Sportwetten abzugeben, anstatt dich mit Freunden zu treffen. Ja, und Punkt Nummer 7 ist, dass du auf Sportarten oder Fußball-Ligen wettest, die du überhaupt nicht kennst. So gesehen, nur um deine Sucht zu befriedigen, gibst du einfach irgendeinen Tipp ab, du kennst die Mannschaft überhaupt nicht, du wettest einfach nur, damit du die Befriedigung hast. Ja, das waren einige Punkte, die Anzeichen dafür sein könnten, dass jemand schon sportwettensüchtig ist oder dass er eben stark gefährdet ist. Ja, wie kann man das Ganze vorbeugen? Und zwar, indem du folgende Dinge anwendest. Punkt Nummer 1 ist, dass du einfach einen festen Betrag im Monat hast. Falls du nicht professionell wettest, dann spielt es sowieso keine Rolle, weil dann hast du ein Money Management und eine Bankroll. Und dann kommst du gar nicht in die Versuchung, anders Tipps abzugeben. Punkt Nummer 2 ist, dass du keine Live-Wetten spielst. Bei Live-Wetten ist die Verführung natürlich sehr groß, weil es hat die Ähnlichkeit mit einem Glücksspielautomaten. Ja, du hast jederzeit Zugriff auf Live-Wetten. Du kannst sofort deine Wette abgeben. Und wenn du verloren hast, kannst du gleich nochmal eine Wette platzieren. Und so geht das dann immer weiter, bis dein Geld verzockt ist. Ja, der Punkt Nummer 3 ist, dass du einfach ein Buch führst und deine Ausgaben bzw. deine Wetteinsätze für deine Sportwetten immer notierst. Und dann hast du auch einen Überblick. Punkt Nummer 4 ist, dass du einfach eine Pause machst. Wenn du schon Geld verloren hast und deine Wette nicht gekommen ist, dann mach einfach eine Pause und wette erst wieder am nächsten Tag oder dann, wenn du es für richtig hältst. Aber nicht direkt nach der verlorenen Wette. Ja, Fakt ist, dass einfach viel mehr dazu gehört, um erfolgreich Sportwetten zu betreiben, als nur sich mit Fußball auszukennen. Ja, es gehört viel mehr dazu und die meisten aber bilden sich ein, dass wenn sie sich gut mit Fußball auskennen, dass sie dann erfolgreich Sportwetten betreiben können. Wenn du jetzt sagst, boah krass, es einfach einige Dinge davon treffen wirklich auf mich zu. Ich mache mir irgendwie Sorgen. Ich verzocke nur noch Geld und ich habe nur noch Verluste durch Sportwetten. Dann solltest du dir wirklich Hilfe suchen. Es ist nur ein Rat von mir. Unter dem Video habe ich auch einige Links zu Suchtberatungsstellen, wo man sich Hilfe holen kann. Ich denke einfach, es ist nichts Schlimmes. Eine Sportwettensucht ist eine Krankheit und sowas sollte einfach behandelt werden. Ja, das war es mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass ich dir helfen konnte, dass dieses Video dir etwas Übersicht über das Thema Sportwettensucht gegeben hat. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und wenn noch nicht geschehen, dass du meinen Kanal abonnierst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis dann. Mach's gut. Ciao.